Und damit herzlich willkommen bei Gothic 2, die Nacht des Raben. In diesem Part wollen wir hier in diesem Tempel oder zu einem geheimnisvollen Ort weitermachen. Und jetzt reden wir erstmal mit Nerdarion und Kronos. Und ja, viel Spaß mit diesem Part. Let's go. Kann ich kurz stören? Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich nochmal zum Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich nochmal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher. Sie ist magischen Ursprung. Erzähl mir mehr. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Sie haben sich leider zerstören müssen. Als wir hierher kamen, wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich bef... Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass... Okay. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände ver... Warum nicht? Wenn ich mich recht... Sagt... Aha. Sollen wir uns Tränke kaufen, ein paar? Nimm dir mal Fürsten. So. Goblinskelett erschaffen. Da können wir ein richtiges Goblinskelett erschaffen, was uns wahrscheinlich... Hilft uns das dann, oder was? Spruchrolle, Windhose, Blitz, Eislanze, Feuer, Pfeil. Davon haben wir gleich mal für ein Pflicht. Leichte Wunden heilen. Spruchrolle. Okay, das reicht erstmal. Wir wollen es doch nicht übertreiben. Gut. Gut, da brennen wir nochmal mit mehr Darion. Bei der Arbeit... Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rett. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Okay. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Der Akzent. Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Okay. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr erzählen. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt. Alles weitere, was wir sehen, wie wenn wir da sind, wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt. Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre doch okay. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können... Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinis gefunden haben. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Okay. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Könnten wir ja mal machen und vorher speichern. Wo ist dieser... Im Beckenraum gibt es eine Tür. Und da habe ich ihn ges... Gib mir den Schlüssel, ich will mit dem anderen... Wirklich? Gib schon her, wenn du meinst. Cool. Wo sind die anderen... Wir haben bisher nur einen weiteren. Etwa im Zentrum von Korinis. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Okay. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erstmal drüben sind... Stehe ich dir zur Verfügung. Gut. Ähm... Was ist dieses Portal? Ach ja, hier steht noch einer. Ach, da steht Nefarius. Der lässt uns vielleicht durch. Alchemie-Tisch. Mann, auch Tränke-Braun. Heil, Tränke-Braun. Ende. Hallo. Ende. Hallo. Ich will weg von dem Tisch. Okay. Gut. Wo ist diese Tür, die zu dem Teleport führt? Hm, keine Ahnung. Egal. Reden wir erstmal mit Nix hier. Alles klar? Alles klar? Ganz schön mutig von dir hier... Einfach reinzuspazieren. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des Alten. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet. Bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Bauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder von uns schon vor langer Zeit gestohlen. Was steht denn so auf den Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des Alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen für jemanden, der die Tafeln lesen kann. Sind sie ein wahres Schatz? Kannst du mir das Lesen der fremden Sprachen beibringen? Kannst du ja? Warum eigentlich nicht? Ich hätte gerne Wissen nicht mehr. Ich gebe gerne mein Wissen an. Lehre mich nicht mehr. Lehre mich nicht mehr. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arab. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen. Sprache der Bauern erstmal nicht. So. Okay. Dann reden wir nochmal mit Nefarus. Hey, you! Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet, beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich. Weißt du das? Ich habe Saturats kaum wiedererkannt. So obsessiv war er damals. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus Mieter, die Klinik, auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Weißt du? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art Markschutz zu brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem... Okay. Ich habe einen Teil dieses... Ja? Hast du eine Ahnung über die anderen? Den alten Inschriften nach wurde es in vier Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel beraten. Ich habe mit Merdarians Hilfe einige der Inschriften über... Dort finden sich Hinweise darauf... Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen... Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder... Okay, zwei weiß ich schon, wo sie sind. Du wirst es schon finden. Da kannst du mir denken. Viel Erfolg. Werde ich euch gleich sagen. Wie viele waren es noch? Insgesamt sind es vier. Die anderen solltest du dort finden, wo ich die Markierung auf deiner... Okay. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Port... Ach so, das ist total so nicht so. Die Schriften starr, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur... Wahrlich keine Domköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht hat. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird. Aber sicherlich nichts Gutes. Gut, dann machen wir das mal auf die Suche danach. Vielleicht ist es auf der Karte markiert. Mal schauen. Ähm, 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 wo ist denn die? Ach hier. Landkarte Nefarius-Karte. Okay. Dann glotz mal. Aha. Genau da, wo ich sie vermutet hab. Und zwar, wir waren auf diesem einen Hof in der Nähe vom Söldnhof. Ich weiß, da sind viele, aber auf dem einen, da waren solche... Solche mit Knöpfen. Und ganz am Anfang, wer es gesehen hat, da waren wir auf Lobarts Hof. Lobarts war es, glaube ich. Und da waren auch solche ruinmäßigen Dinger. Da gab's auch Knöpfe und da gab's ein Erdbeben. Und das sind die. Ungefähr an den Stellen, wo ich's gedacht hab. Perfekt, dann müssen wir jetzt erstmal wieder hier raus und zurück. Hoffentlich lebendig. Ich halte die Waffe... Äh, ich halte die Waffe in der Hand. Ich weiß ja nie, was hier noch für Viecher... Äh, vor uns... Was wir hier noch für Viecher entdecken, ne? Wir waren ja schon Goblins, wo wir schon dachten, wir sind auf einem feichen Weg, aber wir mussten einfach nach vorne laufen. Steckt die Waffe weg? Steckt die Waffe weg! Kluges Kerlchen! Der ist richtig erwähnt. Weg mit der Waffe! Geht doch! Triodian! Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Okay. Wo ist mein Irrlicht eigentlich? Wo ist denn das? Botschaft, versiegelte Botschaft von Wattras. Wird das schreiben für Satoras? Okay, ähm... Erstmal, wo ist mein Irrlicht? Wo ist denn das Ding? Was ist das denn jetzt? Der Aquamarine. Der Kristall... Okay. Ich hab keinen Plan, was das Ding ist hier, wie das aussieht. Was ist das? Wir suchen den Irrlicht. Das ist es, okay. Wie sieht's aus mit Tränken? Okay. Gut, dann hier lang. Jo. Nice. Gut, dann haben wir jetzt die Karte, mit der wir uns zu den... Wie sehr, wie die Ornamente suchen müssen, bevor wir durchs Portal können. Und jetzt frage ich mich, welchen Weg wir nehmen müssen. Den schon mal nicht. Dann hier lang. Ich schlage ein bisschen in der Luft drum. Das mag ich manchmal so. Wenn wir ingame langweilig ist, sozusagen. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Wir müssten gleich draußen sein. Hoffentlich zumindest. Ja, wir sind draußen. Es ist nur Nacht. Sofort haben wir natürlich wieder... ...viecher. Goblins, ne? Da kommt, da bist du. Da kommt, da bist du. Bug. Da ist der Nächste. Goodbye. So, wie wir draußen sind und so viel erlebt haben, speichere ich mal lieber noch. Ja, ich frage mich, ob das jetzt eher positiv oder negativ ist, dass es Nacht ist. Es kommen heftige Garantie, aber wir können speichern zu kommen, wir haben es darum keine Sorge. Das macht die ganze Sache ein bisschen düster, aber der einzige Nachteil ist, was wir... Wir sehen nicht so gut jetzt, aber egal. So. Gut. Dann gehen wir mal den Weg. Ach, da sind gleich Feldräuber. Ich merk's schon, es wird ein leveliger Weg, sozusagen. So. So. Ich folge mir einfach mal den Weg erstmal. Kann ich noch ein paar Tiere kommen? Ach, ist da wieder einer? Ist das wieder der, der Streit sucht? Lässt er mich vielleicht diesmal direkt durch? Ach, ne, da steht hier gar nicht. Dann liegt der da vorne noch tot, oder? Nicht so aus, kann aber sein, dass es irgendwo versteckt ist, dass wir ihn einfach übersehen haben. Ist ja schließlich schon dunkel. Ich hör doch was. Stirb mit dir. Ich bin gespannt, wo uns der Weg hier noch hinführt. So. Ungefähr hier war das, wo ähm, die Stelle, wo uns Laris erzählt hat, von irgendwelchen Viechern, die alles weggefegt haben. Gefegt. Nicht, äh, ihr wisst schon. Eine Stelle, die viele Leute gerne anders verstehen. Ich persönlich hab's da auch verstanden, nur das Ding war, dass ich sie schon kannte. Wohin? Wohin? Ich frage, ob wir immer noch auf dem richtigen Weg sind. Mist, aber. So. Zack. Wohin? Ich schau mal grad auf die Karte. Wo ist sie? Hier. Hier nach links. Dann finden, kommen wir zu dem einen Monament, äh, halte ich mal da fest. Oh. Regt mich grad richtig auf. Jetzt. Geht doch. Jetzt gehen wir zwar vom Weg ab, damit haben wir schon negative Erfahrungen gemacht, weil wir für so uns einfach mal... Oh. Fuck. Gut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao. Wir sehen uns im nächsten Mal. 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 Vielen Dank.